Hallo meine Freunde der Ressourcenpacks. Weiter geht's in Piston House Survival. Also was ich jetzt sehe, ist eine Mischung aus Phantasia 256, dem Luminase Shader Pack und HD Text. Ich hab da jetzt auch mal eins reingemacht, mal ausprobieren. Das sieht aus wie echtes Granit. Das ist Invictus und mal gucken. Die kam aber schnell zurück. Okay, Sekunde. Was ich jemals hatte, das ist so eins, was ich Metos geben würde. Dankeschön. Bitte. Sehr freundlich. Okay, was genau bastelst du jetzt hier? Ich sorg für eine kleine Schaltung, die dafür sorgt, dass das Minecraft eine sehr, sehr lange Zeit an seiner Stelle bleibt. Ach, das ist ja der Sessel. Der arbeitet immer noch. Okay, da gibt's sicherlich eine effektivere Möglichkeit. Verzögerung. Bitte was? Ich sagte, es gibt sicherlich eine effektivere Möglichkeit. Schick nochmal bitte. Was, wer startet da? Ich. Also. Ich steh hier unten und schieb das Minecraft dann jedes Mal an. Wo seid ihr denn bitte? Es sind jedes Mal immer nur vier, die ihr rausnimmt. Ja, ich muss das grad mal ein bisschen überprüfen. Wie komm ich denn dahin, wo ihr jetzt rumsteht? Ähm. Ich muss mir gerade mal die echte Erde. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. War nicht alles fertig und so, aber an sich, das was schon da ist, sieht richtig, richtig so aus, wie als wär's echt. Hast du denn? Warum ziehst du hier auf der Seite nicht auch noch eine Verzögerung rein? Warum sollte man? Ähm, ich überprüfe grad was anderes. Und was? Ähm, wenn das Minecraft da drauf fährt. Gott, ich brauche aber einen Überblick. Ja. Dann wird das deaktiviert. Wir wollen, wenn das aus ist, das ist... Warte mal, warte mal, warte mal. Du hast doch hier zwei Repeater. Du kannst mich... Lass mich überlegen. Ähm, repeat, hör zu. Ne, ich mach schon. Ja, hör doch mal kurz zu. Wenn du hier noch einen Repeater ansetzt, der über einen Tick geht, so hat der sofort Signal. Hier drüber wird das Signal länger dann gehalten. Warum hab ich grad von Metos nicht gesehen? Und du könntest dann, ähm, also das Signal würde dann deutlich verlängern. Ja, denke ich. Ui. Hier oben. Ich hab... Ich hab was anderes vor. Okay. Also... Ich möchte, dass das... Okay. So passiert. Ich lass euch mal verzweifeln. Danke. Hm. Achso, und das geht dann direkt aus. Okay. Das heißt, das muss mit dem verbunden werden. Das wäre die einzige Lösung. Ja, weil du brauchst irgendwo ein Sofortsignal, dass das anmacht, während das andere das Signal insgesamt hält. Verstehst du, wie ich meine? Und ich glaube, es gibt hier sowas wie Farbe. Aber da bin ich ja nicht ganz sicher. Das darf ich nicht ganz sicher. Nein, weil dann hältst du Kreislauf. Das kommt sowieso erstmal weg. Wo? Gesundheit. Gesundheit. Also es scheint so wie, als gäbe es hier... Gesundheit. Warum habt ihr... Warum habt ihr diese Tür hier blockiert? Hä? So. Ähm. Dann das. Das heißt, das Signal kommt da durch. Kommt direkt hier raus. Blockiert dieses Signal. Hallo Rose. Hi Jammer. Folglich kann das Minecraft nicht losfahren. Machst denn du hier unten? Dann machen wir aber auch in einem... Ich warte, wie ich das Minecraft losschieben darf. Was passiert denn, wenn du es einfach so losschiebst? Hm. Keine Ahnung. Vom Tuch zurück. Dann explodiert hier alles. Dann explodiert hier alles. Oh. Ja, toll. Jetzt schiebt sich aber erst recht los. Guck und es kommt wieder zurück. Ja, ja. Hey Jammer, geh da weg. Ich muss da weg. Schick nochmal bitte los jetzt. Okay. Ja, siehst du Rose? Ich mache eigentlich einen ganz guten Job. Oh, dann kannst du ja drüber nehmen. Äh. 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 Okay. Äh. Ich komm gleich wieder. Ich guck noch nach einem Eisen. Sekunde. Ja, ja. Mach ruhig. Na ja, man steht gerade aus. Jetzt muss ich euch da rechts zugucken. So. Dann mache ich noch ein bisschen, dass die Ticks größer werden. Also länger dauern. Äh. So. Wie kann denn bitte ein Tick plötzlich länger dauern? Warum tust du es nicht hier drüber noch verlängern? Bitte? Wo ist denn das Minecraft gerade? Hier drüber. Diese Spur. Äh, die Spur muss trotzdem anbleiben. Oh, das steht hier. Okay. Ja, die bleibt doch dann an. Ähm. 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 Der Timer ist aber dann nicht mehr der gleiche. Ich mach das schon. Ich muss keine Sorge. Sehr schön. Leute, seid ihr euch. Wie lange willst du denn das Ding halten? Wir müssen das Ding aber dann hinter... Ja, das so... Ich sag mal, wenn 10 Items durchgehen, ist das schon mal eine ganz gute Sache. Also wenn... Ja, das steht hier oben. Das steht hier oben bei euch. Hä? Was? Ja, das steht hier. Das heißt, es wurde gar nicht losgeschickt bis jetzt. Nee, es wurde nicht losgeschickt. Es kam zu euch hoch und seitdem steht es da. Okay. Pain. Das sollte eigentlich nicht sein, lol. Äh, nein. Eigentlich sollte das... Pain, das ist Minecraft. Ne, warte mal. Du hast hier... Hier hast du doch das Signal nicht mehr zurückgegeben. Schmerz! Was? Schmerz? Der Pain. Pain, hier oben hast du das Signal doch nicht mehr zurückgegeben. Das heißt, das schaltet nicht mehr um. Ah. Weil du doch hier oben das abgebaut hast. Ui. Jetzt. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Okay. Äh, lass das nochmal hochfahren. Äh, äh... Am liebsten wäre, wenn ich das einfach in Ruhe machen könnte. Aber wir wollen dich belöffeln. Dafür sind wir doch da. Nein, nein, nein. Aber es wird nicht mehr losgeschickt. Wir wollen ja nur behilf... äh, behilflich sein. Weißt du? Ich glaub es... Ich glaub es steht... Ich brauch keine Hilfe. Entsprechend. Ah, ich brauchst Hilfe. Siehst du, wie sehr du dich dagegen weigerst. Du brauchst Hilfe. Werde ich nicht dagegen wehren. Akzeptier es. So. Oh, hallo Kitte. Wir werden dir helfen. Alles wird wieder gut. Oh, sie ist leer. Schick, schick. Warte mal. Hast du noch einen Redstar? Pack noch was rein und schick dir nochmal... Ja, 30 Holz ist drin. Sehr gut. Hab ich eigentlich mehr erfährst, wenn ich das aus hab? Ja, tatsächlich. Das ging schnell. Weil ich glaube, dass da... Hey, guck mal bitte, wo ich hier stehe. Ja. Guck mal da rein. Vielleicht sollte ich das nicht annahmen, wenn ich... Oder warte mal, nein. Hä? Das kommt irgendwie direkt wieder zurück. Äh, schick nochmal los. Au. Also es fehlt bisher noch nichts vom Holz. Vielleicht liegt's auch einfach am Regen. Ja, weil es das Signal direkt übergibt. Schick nochmal los. Jetzt ja reingehe damit. Weil wenn ich's jetzt annahm, hab ich so... Nicht allzu viele. Und wenn hier drinnen bin, dann hab ich wieder mehr. Hier unten. Ist schon wieder hier. Schick nochmal los. Du hast geschickt, Frank. Es kam direkt zurück. Schick jetzt nochmal los, bitte. Mir schön. Ah, okay. Eeeen. Dam. 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 Du hast hier ein Dauersignal. Es ist doch klar, dass es gleich zurückgeht. Fane, du hast hier ein Dauersignal. Nein, da ist kein Dauersignal. Hier, wo ich stehe, ja. Nein, nein. Das ist an. Rorschick nochmal bitte los. Ja. Und es fährt. Ja, ja. Ja, als ob. Als ob getrackt, als ob. Getrackt? Oh, hier wird Potion geworfen. Achso, ich darf es sein. So. So, jetzt wird es zurückgeschickt. Wie viel sind raus? Ist es leer, ist es leer? Es ist leer. Ja. Soll ich nochmal 30? Ich lege jetzt nochmal 30. Ich lege jetzt nochmal. Ja, mach bitte nochmal. Leg mal nicht 30 rein, sondern mach das Ding mal voller verschiedener Sachen. Ich habe jetzt 30 Holz reingelegt. Ja. Ja. Wie lange brauchst du, wie oft müssen wir das dann bitte hin und her fahren, bis das den komplett leer ist? Äh, je nachdem halt wie viele Items hinten sind. Ja. Ja, aber das ist ja Quark, wenn das ständig hin und her fahren muss. Nimmts gut raus. Äh, jetzt müssen wir auf der anderen Seite aber auch schon was bauen, Payne. Ja, das ist ja kein Problem. So, jetzt lege ich mal drei Stacks Eisen rein. Viel Spaß. Ja, das wird ja jetzt einsortiert alles automatisch. So. Oh, es funktioniert. Oh ja, geil. Wir müssen dann nur gucken, dass wir das hinterher dann auch irgendwie zubauen. Jetzt habe ich so blubberblaren. Oh, das freut mich. So. Aber du musst richtig hart aufpassen jetzt, Metaz, wie du das zubaust, ne? Ja, 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 dass nichts blockiert wird halt. Ne, da nicht. Ui! Warum ist hier ein blockierter Repeater? Hier können wir ruhig drüber sitzen, das macht nichts. Boah, Metaz, ich habe schon so lange keinen blockierten Repeater mehr gesehen. Äh, soll die Kiste so lange stehen bleiben? Bitte? Gut, das kann man später machen. Lass uns bitte erstmal auf der anderen Seite machen, Payne. Ach so, die bleibt so lange stehen, solange sie entladet? Ja. Oh, wie gut. Erstmal auf der anderen Seite machen. Okay, 3, 6, 1. Das heißt, ich weiß nicht mal, ob diese Konstruktion hier nötig ist. Ich fahr mal... Ich krieg einfach nicht genug, ding, ding, einfach nicht genug, ding, ding. Ich fahr mal mit dem Minecart rüber. Das heißt, äh, machen wir uns da einfach rein, hier. Du, 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 du zurück. Ich weiß jetzt nicht, ob das voll ist oder leer. Ich probiere mal eben was aus, Rose. Es ist leer. Es ist leer. Tu mal wieder was rein. Hast du noch Zeugs? Ja, weitere Drastex-Eisen. Also ich hab noch Haufen Kram. Ich hab mal einen halben Stack rein. Oh, warte, ich muss das mal zur Seite hier, sonst fährt das nicht hier rum. Okay, es liegt ein halber drin. So, dann lass mich mal da durch. Drei Meter. Nein. Ich check nicht, wieso das Teil jetzt funktioniert, aber es funktioniert. Vielleicht solltest du es einfach akzeptieren. Ja, ich akzeptiere es. Ich bin mir sicher, dass Pell, ich fahr das bei einigen beisein, die das System nicht weiß, warum es funktioniert. Pell, ich fahr zu dem anderen am Ende. Pack noch mal bitte was rein. Ich hab jetzt zwei Stecken von einem halben. Ich schick's los. Pell, hörst du, ich fahr jetzt zu dem anderen Ende und hab guckt schon mal, dass ich schon mal so ein bisschen freiräume. Ich hab keine Ahnung, warum es funktioniert, aber es funktioniert. Ja, das ist, äh, wenn's funktioniert, verändere es nicht mehr, dann ist kurz. Hätte ihn jetzt gern. Man sollte nie etwas Funktionierendes abändern. Äh, ups. Bin ich der Ansicht. Ich hab nix gemacht. Ja. Lalalalalalalalalala. Ups. Oh, bitte. So, und ich bin außerhalb eurer Reichweite, das heißt, ich sehe euch nicht mehr auf dem Minimodiklo. Okay. Oh, wo bist du? Ich will dich wieder haben. Ich bin, äh, Richtung Spawn, also ich bin gleich da. Flash, warp, so. Was haben wir denn am Spawn? Okay, und hier müssen wir das jetzt so machen, dass wir hier... Ich, ich, ich geh mal oberirdisch zum Spawn. Und ich, ich, ich tu mal hier das Adventure-Taken. Machen wir das, machen wir das einfach mal auf, hab ich in der Schaufel, jo. Das heißt, die Kiste gleich leer. Würde weggehen. Ne, aufmachen. Okay, jetzt ist sie leer. Oh, guck, guck, ist das nicht genial, Rose? Gib mal bitte zu, ist es nicht genial? Ja, schon. Und ich hab das aus eigenem Kopf, aus eigenem Antrieb. Pain, es hat sich noch niemals jemand was aus einem anderen Kopf ausgedacht. Das wäre ein bisschen seltsam. Es ist, es ist zufällig das Gleiche, was sich jemand ausgedacht hat. Ja, aber dann hat es sich ja trotzdem im eigenen Kopf ausgedacht. Ich meine, das ist ja jetzt nicht wie ein USB-Stick, den du an- und abstecken kannst. So wurde aber allein dann dasselbe Teil von zwei Leuten aus unterschiedlichen Köpfen beeintritt. Ich empfange dich, Metos. Ich hab mich auf die Überlandreise begeben. Oh, das macht mich jetzt richtig glücklich. So. Oh, hier regnet es wieder. Pain, also ich hab hier schon mal so ein bisschen frei geräumt, dass sie so ein bisschen wasser nass. Soll ich das Gleiche auch drüben bauen? Ja, 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 aber ein bisschen kompakter, wenn es geht. That's nass, that's very nass. Like very, very nass. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch beendet habe, ich kann es ausprobieren. Da, wo ich glaube, dass du bist. Ja, ich glaub gerade, da bist du am Spawn, ne? Ja, ja. Da, wo die Trichter sind. Wo bist du? So. Warum sind die Glöcke eigentlich nicht so gedreht? Weil, guck mal so, dass wir dann noch die Glöcke drüber setzen können, zumindest. Oh. Damit wir das zubauen können dann. Bitte was? Ja, aber wo bist denn du gestorben jetzt? GG auf jeden Fall. Ach, ich bin immer... Hilfe, Leute, ich bin immer noch so wie zählen, die ist zu. Bitte was ist zu? Okay, raus, raus, raus. Ich seh's. Hallo, Yama. Wo bist du? Los, geh und hol dein Zeug. Funktioniert die... Hashtag Wuf. Hashtag Wuf. Ähm, funktioniert eigentlich die Bahnstation mittlerweile? Die Bahnstation ist theoretisch nutzbar. Irgendwie kommt man da eigentlich hin? Also so, dass man sie benutzen kann, weil... Äh, eben Zen-Garten. Zen-Garten? Ja. Das... Das... Die ganze Zeit gibt's ja Ruhn. Jetzt bellt sie. Alles klar. Das ist denn bitte Hashtag Wuf. Hashtag Wuf. Wieso? Weil irgendein Hund entweder Rolf oder mein Hund immer bellt. Also mein Hund hat noch nie hier reingebellt. Ich hab auch keinen. Hat's aber trotzdem nie gemacht. Es wäre gruselig, wenn ein Hund bellen würde, aber du keinen Hund hast. Ja, nee, ist klar. Es ist... Warte mal, hier regnet's. Der Enderman bleibt stehen. Hä? Regnet's mit... Ich hab keine... Ich hab keinen Minecraft. Da werd ich ja wohl langlaufen müssen. Ah, jetzt fängt Daniel rum. Es ist schön, nach Hause zu kommen und ein Baby im Zimmer lachen zu hören. Fane, hast du genug Zeug dabei? Ich habe kein Baby. Äh, ja, habe ich. Ohohohohohoho. Richtig creepy. Wieso? Ach, komm. Ich verstehe nicht, was der ganz creepy sein soll. Ja, nee, der kommt eher so aus. Wenn du so ein Babygelache einfach im Zimmer neben dir hörst, obwohl du gar kein Baby hast. Da gibt's sicherlich eine Erklärung. Ich mein, das Zimmer neben dir kann ja auch dein Nachbar hören. Und bist du dir sicher, dass du kein Baby hast? Warte, 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 warte. Ich mach dir auf. Ich mach dir auf. Ich mach dir auf. Nur noch 152 Meter. 152 Meter. So, Metas, können wir mal dafür sorgen, dass es hier ab und zu Minecarts gibt? Da. Genau. Hä, Payne, wie bist du da so schnell hingekommen? Achso, okay. Payne, wie bist du da so schnell hingekommen? Du standest doch vorhin noch hinter mir. Ich bin mit dem Minecart gefahren zum Spawn. Das geht nicht, weil... Doch. Nein, du... Doch. Ich lauf doch auf der Strecke, wo das Minecart dann fahren würde. Denkst du, ich hack oder... Warum liegt hier überall so viel Stuff rum? Weil das meins ist! Das ist Jamas. Hä, wie ist der denn da... Hat der L-Apple in den Spam oder was? Ich sammels mal ein, Jamas. Nein! Dass das nicht weggeht. Ich bin doch gleich da. Ich hab nur noch 10 Meter oder so. Sicher? Ganz sicher. Gut, dann schmeiß ich das da raus. Hä, wie hast du denn das hinbekommen? Hä, ich kann meine Chestblade nicht herrennen und ich kann nicht Protection 3 drauf machen. Warum? Mach dir mal einer auf, bitte. Ich weiß jetzt nicht, was er hatte, weil ich glaub, das... Mach mal einer auf! Ja, tschüss, wir sind unser Weg. Ähm, nee, das waren meine. Aus! Das, äh... Ne Hole hattest du auch, glaub ich. Da war ein Baby-Zombie. Das ist auch deins. Und der hat mich gehauen. Und dann kam direkt in dieser Augenblick ein Creeper, der mich hochgeschmissen hat. Ohrm. Oh! Äh, Yammer? Ja? Da liegen doch Pfeile und sowas. Äh, hier spart einfach ein Skelett. Hast du Holz, Metos? Danke. Äh, Holz? Ja, ein bisschen. Also, ich habe Birkenholz. So, ein knappes Eck. Och, komm schon, Hundchen. Ähm, dann lass mal hier kurz eine Station aufbauen, dann kannst du das Holz haben. Na, essen. Ja, warte, warte, warte. Ich kann ja hier so ein Holz geben, ich ja so ein Holz geben. Metos! Ähm, warte mal. Was sagt denn dein Timer, wenn er sprechen könnte? Er ist schon abgelaufen. Vielleicht solltest du ihn nicht nur langfen lassen, sondern auch mal drauf achten. Äh, ich nehme schon 17 Minuten auf. Äh, ja gut. Dann mach mal hier das Ding in der nächsten Folge, würde ich sagen. Echt? Ja, mach mal in der nächsten Folge. Und Yammer, wieso schmeißt du da die Tränke runter? Neue Erkenntnis, mit Keksen kann man nur da auch ruhig stellen. Ja, aber die trichter sich voll. Nur so zur Info. Hat wer noch Eisen? Aber doch sicher nicht alle. Mehr ist genug im Lager. Das hier noch nicht. Oh, ich will nicht zurücklaufen. Ich habe über Stacks Eisen gefarmt. Wann auch immer. Ich weiß es nicht mehr. Leute, Leute. Wir schreiben Geschichte. Im Pistenhaus haben wir mal zu viel Eisen. Ja. Ja. Wow, Leute. Ja, ich habe auch mal 61 dabei. In Magic Farm habe ich zu wenig ferröses Erd. Ich habe trotzdem mehr als 30.000 Eisen. Irgendwie geht das nicht mehr da rein. Die ganzen Trichter sind voll. Ja, weil wir da immer unser Zeug reingeschmissen haben, wenn wir hier waren und die es nicht mitnehmen wollten. Deswegen müssen wir das auch mit dem Minecraft machen. Ja, da müssen übrigens noch zwei Trichter hin, hier. Ich mache das. So, zwei. Ja, warte, ich habe zwei Trichter dabei. Ja, warum denn bitte zwei? Hast du, hast du, Mythos? Ich hätte welche machen können. Ich habe Eisen dabei. Okay, kann ich das Eisen haben? Echt jetzt? Ja, ich baue eine Glock, die seine eigene ausstecken kraften. Ja, auf den Schienen. Ah, sehr gut. Das dürfte erst mal genügen. Ich brauche vier Banner gecraftet. Echt nur nicht? Echt. Aus einem Stick und einer Wolle. Okay, aber wie gesagt, machen wir in der nächsten Folge. Ich sage bis dahin und tschüss. Tschüss. Ganz verbrennend. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018